Na, ist es denn wahr? Geister-Spiegel-Karpfen? Schon wieder ein seltener? Hm, zwar kein Gigant, aber immerhin ein seltener Karpfen. Ist doch nicht schlecht. Ich bin hier schon eine ganze Weile mit dem Match. Im letzten Video habe ich ja noch gesagt, wir testen doch mal ein bisschen mehr mit der Match. Da muss doch noch ein bisschen was gehen. Zack, gesagt, getan. Ab hier zum Bernie. Und ja, gerade natürlich nach dem Restart und den Serverarbeiten direkt nochmal getestet, ob nicht noch ein bisschen was geht. Und was soll ich euch sagen? Ja, kann man machen. Es ist tatsächlich nicht der ultimative Shit, um hier Millionen rauszuziehen. Es ist allerdings doch, naja, gar nicht so schlecht. Sagen wir es mal so. Es gibt safe bessere Methoden. Also das hier ist jetzt nicht die Methode. Macht ihr den Casher voll und verdient unendlich viel Silber. Aber das wohl eher nicht. Nichtsdestotrotz muss man ja irgendwo anfangen, um an diesen Qualifikationen im Matchbereich fange einen 40 Kilo Karpfen auf Matchmontage. Das ist halt tricky. Irgendwomit muss man ja anfangen. Und ich habe einiges schon durchgetestet an Ködern. Ich habe es hier mit Tauwurm und Fischfetzen gestanden, wo auch schon einige reingerasselt sind. Ich habe das Glück, ich habe immer noch einige von den guten ollen Presskuchen. Die habe ich gerade in Verwendung. Und wenn wir hier jetzt mal in den Casher so reinschauen, haben wir hier jetzt 1, 2 Geister. Immerhin. Und irgendwo hier unten ist er. Da war, nee, da ist sogar nochmal ein Geisterspiegel. 1, 2, 3 Geister. Und noch ein goldener Presskuchen und Maisbrei. Irgendwie halt alles eher im kleineren Bereich. Presskuchen, Maisbrei und so weiter. Auch hier noch. Und hier Tauwurm und Maisbrei. Ich würde sagen, entweder ist der Presskuchen jetzt gerade the way to go. Was natürlich schwierig ist. Denn den guten Presskuchen kann man halt nicht mehr kaufen. Jart. Oder der Maisbrei ist the way to go. Und ja, den kann man natürlich herstellen. Maisbrei wäre natürlich nicht schlecht. Und darauf basierend dann halt eine andere Kombinationsmöglichkeit noch suchen. Wie gesagt, ich habe hier immer noch Maisbrei, 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 Maisbrei und Presskuchen. Ich glaube, ich nehme mal den hier einmal wieder raus. Und dann testen wir auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich hatte auch schon den ollen verdammten Eierteich natürlich drauf. Und was nicht alles. Also schon vieles auch ausprobiert. Auch viele Kombinationen. Die Kartoffeln waren natürlich mit dabei. Käse hatte ich glaube ich noch gar nicht. Wir machen mal Mais und Käse. Zack, raus. Auch hier 35 Meter habe ich einfach geklippt. Ich komme da so grob irgendwie in der Richtung an. Ich habe noch keinerlei Futtermische drin. Das heißt auch hier der Spot gerade komplett blank. Und jetzt ist natürlich die Frage, lüptet oder lüptet nicht? Oder wie lüptet? Wie gesagt, jetzt insgesamt 33 Fischis ist soweit okay. Kann man vielleicht machen. Ich habe das halt jetzt gerade so ein bisschen nebenbei gemacht. Und es war, ja, es war okay. Es ist okay. Von daher passt das. Es sind natürlich auch zwischendurch mal hier so ein paar kleine reingegangen. In den Abendstunden. Und, ja, aber so im Großen und Ganzen. Ganz am Anfang, guck mal hier die Barbe, Tauwurm und Fischfetzen. Einfach mal eine schöne Barbe draufgegangen. War allerdings die einzige. Auch das natürlich voll okay. Finde ich voll okay. Und, ja, wie gesagt, von der Frequenz her mal zack, 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 drei Stück in Folge. Dann wieder ein bisschen Flaute. Und, ja, im Großen und Ganzen dafür, dass es halt, wie gesagt, hier nichts angefüttert ist. Das ist einfach nur der blanke Spot. Finde ich es schon ganz gut. Jetzt geht es natürlich weiter demnächst hier am Bärensee. Das heißt hier, am Bärensee, am Bernstein. Das heißt hier natürlich von den Positionen einfach noch verschiedene Stellen testen. Was ich auch im letzten Video schon gesagt habe. Die Stelle hier mit den, wo die Stipper stehen. Ich meine, das müsste hier sein, weil das hier halt sehr schnell ins Tiefe geht. Das heißt, man könnte hier in dieser Area ganz gut stippen. Ich werde einfach mal diese Stellen testen, die relativ nah sind. Weil ich merke auch schon dieses weite Auswerfen. Es ist halt ein bisschen sackgängig. Muss man einfach so sehen, wie es ist. Alleine, wenn du hier stehst, durch diese, keine Ahnung, was das ist hier, verschrobenen Bildpartikel, sieht man halt auch immer mal wieder die Posen einfach mal gar nicht mehr. Das heißt, man muss auch entweder, richtet man den Kopf irgendwie richtig hin und keine Ahnung, wie das ist. Und dann sieht man so mit Glück irgendwas. Oder man muss halt immer ranzoomen. Das ist halt immer irgendwie ein bisschen, ne, ach, falsche Route. Will man halt nicht. Und nicht gehakt. Also, das will man halt nicht. Das ist halt nicht so ganz so geil. Deswegen halt so ein bisschen näher dran. Wäre doch gar nicht so schlecht. Jetzt probieren wir hier nochmal rechts außen. Den hatte ich ja gerade erst geändert. Wäre jetzt nicht so schlecht, wenn wir da schon vielleicht wieder ein neues Ergebnis zu hätten. Das war jetzt Käse mit Maisbrei. Mh, Polenta mit Käse. Auch richtig geil. Schön so eine feiste Polenta gekocht. Und dann mit Käse überbacken. Die Karpfen, ey, die haben aber auch Geschmack. Die können sich schon mal ordentlich einen gönnen. Da ist sie. Maisbrei und Käse. Na, will er doch nicht. Muss ja auf seine Linie achten, Alden. Der Karpfen. Der soll sich mal ordentlich gönnen. Denn wir brauchen noch den 40 Kilo Brocken hier auf dem Match. Deswegen habe ich auch hier komplett 4-0-Haken dran. Einfach nur um... Ja, ich habe immer den Eindruck, dass die Teige die Größe der Fische so eine Stufe nach unten ziehen. Und das so Boilies und sowas tendenziell schon mal mehr maßige bringen. Dementsprechend versuche ich eben mit den Haken, mit den großen Haken dem entgegenzuwirken. Ich hoffe, das funktioniert. So irgendwie die ganzen Stippangler, die werden das wahrscheinlich wieder wissen. Die ganzen Stipprekorder. Ich könnte eigentlich auch mal in die Stipprekorde gucken. Fällt mir jetzt aber ein, wie denn hier in den wöchentlichen gerade die Karpfen gefangen werden. Und dementsprechend dann das einfach mal nachmachen, wie man das dann hier vielleicht mit der Match auch einfach erledigen kann. Ohne das Risiko zu haben, dass dann eben auf der Match, auf der Stippe da irgendwie was abreißt. Auf der Match passiert das halt dann nicht. Easy. Wenn man die Bremse richtig eingestellt hat. Ja, wie gesagt. Also hier die Stelle wird in jedem Fall auch noch weiter getestet. Und das ist mit Sicherheit interessant. Dann hier nochmal. Dann will ich aber auch hier nochmal testen. Und vielleicht so auch noch da hinten am Druidenbaum. Weiß ich aber noch nicht genau. Erstmal hier vorne. Das ist auch genug zu testen. Oder hier sogar an dem Anleger. Oder an diesem Steg. Was war das? 120 irgendwas. So in diesem Bereich, wo halt in den letzten Wochen immer mal wieder ganz gut die Karpfen reingeballert sind. Na ist es denn? Auch nicht gehakt. Da werfen wir jetzt nochmal weiter aus. Ich gucke gerade mal eben von der Tiefe. Ich glaube ich war relativ tief. Genau. Mit 1,90 war ich hier unterwegs. X. Genau. Ziemlich straight geradeaus raus. In Richtung Flip. Und da geht noch was rein. Auch nicht. Ja, was ist denn los? Entweder gehen da jetzt gerade die ganz kleinen dran, die von den Viererhaken nicht gehakt werden. Oder ich verhaue es gerade. Ich würde sagen, es gehen gerade die kleinen dran. Ich hatte zwischendurch auch mal so Rotaugen und sowas dran. Das ist natürlich wirklich mies. Das will man natürlich dann gar nicht haben. Hier wieder ein Rotauge oder so kleinen Döbel oder sowas. Da ändere ich natürlich dann auch sofort den Köder, weil mir das dann einfach zu viel die kleinen Fische triggert. Und deswegen bin ich auch hier noch nicht mit einer Futtermische dran. Weil die Futtermischen, gerade wenn du die Futtermische, diese Basis hast, so Maismehl und Erbse gemahlen und weiß der Geier was. Dann triggert das halt noch mal mehr kleine Fische. Will ich halt nicht. Einzige Möglichkeit wäre eine Futtermische. Geht das eigentlich? Futtermische, Futtermische, Futtermische. Notwendig? Nein. Ohne Basis. Und nur... Tja. Und was dann da rein, ne? Kartoffelboilies geht ja nicht. Was dann da rein? Das ist gar nicht so einfach. Muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fällt dir ja was ein. Irgendeine sinnvolle Kombination, wie man Feeds und Futtermischen kombinieren kann. Natürlich Maiskomponenten, aber da könnte ich auch die Maisbasis nehmen. Oder Maispellets. Ich glaube sowas in der Art gibt es, glaube ich. Süßer Mais gibt es doch auch. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. In Richtung von Mais. Auf Mais basierend. Wurm, maybe. Wurmboilies gibt es auch. Die kann man auch schreddern. Eine Kombination Mais und Wurm. Das könnte doch schon gehen. So, jetzt hier gerade auf der 1 und auf der 2 gleichzeitig rumgezuppelt nochmal. Auch nicht so schlecht. Jetzt kann aber mal hier schön nochmal einer reingehen, oder? Und auf der 3, glaube ich, auch. Die blaue geht auch. Ja. Die blaue auch. Jetzt ziehen wir hier mal ran. Und der hakt. Jawohl. Bisschen mehr Geduld haben. Das ist halt auch immer der Knackpunkt. Und jetzt sieht man halt wieder diesen Nachteil, ne? Ich muss halt sofort ranzoomen und die ganze Zeit die anderen im Blick behalten. und gucken, ob da was runtergezogen wird, damit ich dann auch schnell wieder haken kann. Zack, ein Schuppi, oder? Ja. Normaler Schuppi. Ist doch ganz nett. Nehmen wir doch gerne mit auf Tauwurm und Mais. Und jetzt müssen wir eben gucken, was geht als erstes runter. Blau ist die 3. Gelb ist die 1. Eins von beiden wird gleich als nächstes hier reinrasseln. Aber das mit den seltenen war ich natürlich auch schon überrascht, ne? Mehrere seltene Karpfen ist doch schon ganz nett. Und nicht gehakt. Wieder, wahrscheinlich wieder Kleinkram. Auf dem Käse. Also Käse werde ich gleich nochmal ändern. Gerade jetzt vielleicht so in den Abendstunden. Vielleicht können wir oder da den Maisbrei wegmachen. Jetzt gucken wir nochmal gerade hier bei der gelben, auf der 1, ob da noch was geht. Sehr zaghaft auch. Andererseits können auf Käse natürlich auch die Barben reinrasseln. Aber vielleicht dafür dann eher tatsächlich die Kombination, vielleicht den Käse plus Tauwurm auch. Ich weiß es nicht, ey. Ich hatte echt gedacht, also ich war ja ganz zufrieden mit der Kombi Tauwurm und Fischfetzen. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, Kaviar und Fischig und Lachs und weiß der Geier, was geht ja auch hier alles rein. Maybe ist das tatsächlich, lockt das hier die Karpfen? Jetzt ist natürlich die Frage, hat der Tauwurm für die Bisse gesorgt? Oder war es die Kombination wirklich mit dem Fischfetzen? Schwer zu sagen, ob es die Kombination ist oder ob es tatsächlich nur der Tauwurm war. Es zuppelt hier noch schön weiter und es zuppelt und es zuppelt. Im Idealfall zuppelt es eigentlich nicht so lange. Gerade die Karpfen zuppeln eigentlich gar nicht so lange und gehen da deutlich schneller rein. Aber Geduldsspiel. Ich glaube in der Zwischenzeit, genau, ich wollte es gerade sagen, geht an der 2 auch schon wieder was. Auch nicht gehakt. Auch nicht gehakt. Also, ich glaube, ich werde doch den Tauwurm wieder rauslassen. Entweder nur in Kombination Tauwurm wieder mit Fischfetzen und Maisbrei. Was hatten wir gesagt? Oder Maisbrei mit Wurm? Da jetzt auch mal eins. Auch nicht. Alter, ich werde weih, ey. Entweder sind hier zu viele kleine, es sind wahrscheinlich zu viele kleine Viecher hier. Hatte ich jetzt die ganze Zeit sehr selten. Also die ganze Zeit sehr selten solche Fehlbisse. Ich mache jetzt mal hier den Tauwurm. Alter, soll ich mal ein... Alter, ich mache jetzt einfach mal Fischfetzen und Maisbrei. Man muss ja einfach mal Wild kombinieren. Wenn man schon keine Boilies hier ran machen kann mit Maisbrei, dann kombinieren wir halt Anderswild. Anderswild geht immer. Okay, den ziehe ich jetzt auch rein. Tauwurm und Maisbrei lassen wir auch weg. Man muss einfach probieren. Das ist das A und O. Tauwurm kommt weg. Wir machen... Kartoffel bleibt auch weg. Maisbrei bleibt. Der olle Eierteich, der Süßteich. Was ist denn mal hier mit Muschel oder Alge? Muschel ist doch übertrieben, oder? Ich nehme mal die Alge. Alge mit Mais. Zack, raus damit. Alter, ich bin übelst gespannt, ey. Es ist gerade echt... Es ist so richtig... So richtig Wildes rumgeteste und probiere. Megageil, Alter. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Einfach mal wieder so ein paar Sachen testen, die nicht 0815 Standard in allen Rekorden zu finden sind. Da muss es doch noch mehr geben in dem Game. Als das. Kohlblatt hatte ich auch noch nicht. Ist eigentlich auch der große Klassiker. Mais und Kohl. Raus damit. Jo, siehste mal. Jetzt haben wir aber schon wieder die Abendstunden. Aber die drei Matchrouten, Alter, liegen hier wieder schön dicht an dicht. Perfekt, so soll das sein. Zielgerichtet eins nach dem anderen. Da sieht man noch, es lohnt sich, wenn man doch ein paar Skillpunkte drin verteilt hat. Dann trifft man auch ganz gut. Jo, ich zuppel jetzt hier nochmal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Bisher bin ich übelst zufrieden. Übelst zufrieden hier mit, jo, mit so Geisterspiegelkarpfen. Was ist das? Ja, ist ein Spiegelkarpfen. Geisterspiegelkarpfen, immer gerne mitnehmen. Und Schuppi, naja gut, der ist natürlich ein bisschen Lütt, der kleine, der kleine Rode. Aber auch so ein kleiner Roder wäre natürlich auch nicht schlecht, nehme ich auch gerne in groß. Finde ich schon mal ganz witzig, dass das funktioniert hat. Warum denn auch nicht? Mehrere Geister bisher und dann das. Und dann gucken wir mal, welche Köderkombi noch ganz wild ist. Gerne auch mal unten reinschreiben, welche Köderkombi bei dir richtig gut gewirkt hat. Petri ihr Lümmels. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Zack, Alter. Und da ging doch nochmal direkt einer rein in den Abendstunden. Siehste mal, so soll das doch sein. So wollen wir das. Und da hinten zuppelt da auch wieder was. Zieht so ein bisschen noch was ab. Siehste mal, das ist immer das. Gerade wenn man sagt, nur reicht es, dann ballert doch nochmal schön einer rein. Naja, immerhin schöner Spiegel. Petri, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.